Nein, das ist der Zombie-Skin. Neues Event gibt's auch, ich hab schon den Finisher anscheinend. Was gibt's hier noch? Was soll das? Okay, wir versuchen es zu lesen. 40 Operator-Abschüsse durch Kopfschüsse mit einem Scharschüsse... Wer soll das lesen? Im heutigen Video geht's um die meist unterschätzte SMG in Warzone 3, mit allerdings der besten Time-to-Kill. Und es ist nicht die WSB Swamp, denn es geht um diese Waffe hier, die ISO 9mm, einer der letzten DLC-Waffen der Modern Warfare 2-Geschichte. Eine Waffe mit wirklich sehr gutem Movement, sehr, sehr guter Feuerwehr und sehr, sehr guter Time-to-Kill. Denn wenn man die Time-to-Kill zwischen der ISO, der WSB Swamp und der WSB 9 vergleicht, sieht man tatsächlich, dass die Time-to-Kill auf ungefähr 10 Meter auch nochmal besser ist als bei der WSB Swamp. Bevor wir jetzt ins Gameplay gehen, vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich muss nochmal Danke sagen für den ganzen Support in letzter Zeit, es ist wirklich insane. Die Videos kommen extrem gut an, was geht auf jeden Fall raus. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Gameplay. Let's go! Es wird krachen. Die Scheibe ist kaputt. Abschluss bestätigt. Den Rest haben wir auch geordnet. So, am Abschauben. Ich feier's. Ein bisschen unlucky vom Timing, weiß ich nicht. Maybe ein bisschen unlucky. Ah, die ISO ist einfach... Also niemand hat die Waffe auf dem Schirm gefühlt, aber die ISO hat halt einfach so mit die beste Time-to-Kill. Also besser als die WSB Swarm sogar. Das ist halt insane. Das war der Dude, den ich angeschossen habe. Deswegen war er so weak. Eigentlich muss hier noch mehr sein. Come on. Jawohl. Dadurch, dass ich halt dieses Dolphin-Live mittlerweile aus habe, ist es halt echt so, dass ich so oft irgendwie denke, okay, ich kann da hin, ich kann da hinfliegen, aber ich kann's halt nicht. Wieso ist hier die Sau da hin? Man muss auch dazu sagen, so ein Verhältnis auf etwas größere Distanz über 10, 15 Meter ist die Time-to-Kill nicht ganz so gut, aber auf unter 10 Meter ist es wirklich von der Time-to-Kill das Beste, was man aktuell spielen kann. Sniper reicht von mir. Nein, 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 nicht so. Können wir dem heben, come on. Achso, niemand. Was B, für mich auch bessere Surgeons-Waffe, sage ich. Einer ist noch rechts von mir, denke ich. Nein. Bin ich der schlechteste Wurfmesser-Werfer. Hier ist jemand drin, Sefkoll. Von wo? Nein, wieder von allen Seiten, bitte, Jungs. Nein. Abschluss versteht sich. Im Rest haben wir auch georten. Das will beobachten. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Nur noch 10. Das Gas breit jetzt nicht aus. Keiner ist hier unten. Beide unten. Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Nein, ich habe so einen Assist bekommen. Hm, guter Schatz. Das Ding ist, ich würde halt gerne auch Gegner hören, so. Nein, doch nicht so, Jungs. Echt? Krass. Noch einer direkt über dir. Hinter dir, auf dem großen Big-Ding. Herzig. Ja. Die oben waren es. Boah. Das ist schon ein Kracher. Ich weiß nicht ganz, ob es für die Top-Meter reicht, aber eine wirklich sehr unterschätzte Waffe ist es definitiv. Mit der besten Close-Range Time-to-Kill bei den ganzen SMGs. Deswegen, wenn ihr mit dem ESP-Swap mal nicht so klarkommt, mit dem Rückschuss und so weiter, da gibt es ja einige Probleme, habe ich auch oft gelesen in den Kommentaren. Testet die ISO 9mm. Das Ganze mit der Sonic-Schalldämpfermündung. Dadurch, dass wir jetzt auch die Modern Warfare 3-Schalldämpfermündungen auf den MW-2-Waffen spielen können, gibt es auch einige neue Möglichkeiten, speziell bei den alten Waffen. Dazu der VLK-7MW-Laser, Zielstabilität zur V-Geschwindigkeit nach Sprint-Tempo plus der Schieferreflektor. Ihr könntet alternativ das Visier spielen, worauf ihr meist Lust habt. Es gibt zum Beispiel auch das MK-3-Reflektor-Visier, auch ganz gut spielen, auch einige. Dazu bei der Munition die hohe Körnung für Geschossgeschwindigkeit, sprich Bullet-Felocity und Reichweite. Macht die Waffe auf etwas größere Distanz gut. Das ist die Klasse, wie ich sie gespielt habe. Wenn ihr rückschussmäßig so ein bisschen präziser sein wollt, könntet ihr vielleicht hier noch bei der Mündung den grünen Kubikkompensator spielen, ein bisschen für Rückschusskontrolle. Seid nochmal präziser und könnt auf Klausel wirklich nochmal mehr Shots hätten. Und das, wie gesagt, ist die ISO 9mm. Testet es gerne aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr lasst, gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert wie immer gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.